Ich hab für ihn einen Freund bestellt und auch eine McDonalds Tüte erhalten. Ja! Mach laut! Ich lache unten. Geht nicht, Loco. Ja, Röntgen von hier im Schild, hallo! Guten Tag! Ab, meinte ich. Ähm, und zwar... Ähm, Krebs, mein Name. Und zwar, ähm, ich hatte vorhin in der Filiale Burger King in Vorheim ein Menü bestellt. Und hab eine McDonalds Tüte erhalten. Ich bin Witzkirch, weil es jetzt auch auf den... Bitte. Sommerreis, sie geht. Tschüss! Ich bin laitiert. Ich bin mitmachen. Ich bin mitmachen.